Warte, ich mach jetzt Tutorial, wie man P90 spielt und das geht genauso, ihr werdet vielleicht so, geht rückwärts rein, P90 und dann ballert hier drauf, guckt da holt ihr den ersten, läuft weiter und dann direkt weiter einfach durch pushen. Direkt in die Mitte laufen, weil dort sind die meisten immer Gegner, einfach laufen, ohne stehen bleiben, einfach laufen und die ganze Zeit gucken, wo die Gegner sind. Ich habe den zweiten, dann habt ihr den, ladet nach und läuft auf B, weil dort ist man das dritte, das weiß ich, weil ich einen Hackern habe, aber dann seht ihr nicht, ja, dann läuft ihr hier weiter und dann sollte er eigentlich hier direkt irgendwo auftauchen, meistens hocken die hinter dieser Kiste, aber da ist er nicht, also ist er irgendwo hier. Okay, also ich muss einfach nur laufen, nicht stehen bleiben, weil ihr könnt euch abschießen, wenn ihr stehen bleibt. Dann guckt ihr hier hinten, ne, hier ist er auch nicht, also ist da irgendwo hier drin, zack, gebt den Kopfschuss und dann leuchtet er einfach weg. Das war mein Story, wie man P90 spielt, ich bedanke mich und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.